Heute wieder unboxing live auf tik tok live auf tik tok heute wieder live bei tik tok unboxing und diesmal ganz aktuell andere sind wahrscheinlich schon schneller gewesen aber diesmal release am 14 1 2022 erst mal boxen war eine runde ist ja an boxing heute unboxing heute live aus dem keller live auf dem bilder tisch dieses große freiheit alles klar wunderbar 14 erste release jesus ich werde wahnsinnig ein hoody ein hoody in größe xl ein hoody größe xl vom xl man aus der kuschelig aber ziemlich knapp geschnitten aber ok na was sagt er ist auch cool dann 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 gibt es hier drin in dieser box jesus 187 straßenbande es ist so lange witzig bis es nicht mehr witzig ist eine sammelkarte dann kann man gucken ob das scharf genug ist dann 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 ein aufkleber spielt die jesus wir haben weitere aufkleber ich bin nicht wie du verrate meine crew aufkleber dann runtergefällt ein aufkleber große freiheit Ein Aufkleber, viereckig große Freiheit und ein Aufkleber Gisels mit Buddi. Dann haben wir hier, was ist denn das hier? Große Freiheit. Wie packt man das aus, ohne es kaputt zu machen? Wahrscheinlich Schnapsgläser, 187 Gängen. 187, das ist doch ein schönes Sammelobjekt für alle Fans. 1,18 Kiez. Gisels mit einem Mädchen drauf. Und das Ganze, wenn man das zumacht und oben ins Regal stellt. Gut. Guter Rhythmus. Bei dem man mit muss. Dann ist das Hauptprodukt erstmal eine schöne Rückseite vom Karton. Das ist ein Karton. Und dann haben wir hier die CD. Das Hauptprodukt. Gisels, große Freiheit. Hinten nochmal live drauf. Von wem und für was. Und dann haben wir hier die CD. Erstmal schön. Schönes Outfit. Zwölf Lieder. Rückseite. Dann holen wir mal das Inlay raus. Mal riechen. Frisch gedruckt, kriegt immer gut. Hier stehen die ganzen Lieder nochmal drauf. Schönes Foto. Hier nochmal so ein Boxsack. Passt ja heute hier an Boxing. Buff, 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 Buff. Keine Songtexte, die ich so immer gerne habe. Aber naja. Warum auch immer. Muss ja nicht immer sein. Dann haben wir drauf. Zwölf Lieder. Erstes Free Gisels Intro. Zwei. Montag. Drei. Nicht Dienstag, sondern Späti. Fia Moneycom. Bones MC Quader. Skin Maske. Bones MC LX. Das sind die ganzen Features. Alles Break. Rav Camoa und Luciano. Easy Dollar. Drei mal Dollar. SA4. Hier. Genau so eine. Maxwell. Ruf die Polizei an. Featuring Frauenarzt. Wenn ich will. Bones MC. Elf. Kein Plan. Und zwölf. Familie zuerst. Ja. Immer Familie zuerst. Das ist am besten. Jo. Das ist doch eine schöne Box heute. CD. Tolle Aufkleber. Geile Schnapsgläser. Hoodie. Hoodie ist immer gut. Das ist ein geiler Hoodie. Schöne Rückseite. Toll gemacht. Größe XL. Passt mir bequem. Ich bin 1,88. Und dann hätten wir es heute schon wieder mit dem Unboxing. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage Dankeschön. Und bis dennne denn. Null Gucker. Ich freue mich aufs nächste Mal.